Moin, mein Name ist Giuseppe Magistro, Chefarzt am Asklepios Westklinikum Hamburg, leite ein Zentrum für Beschwerden des unteren Haarentraktes, unter anderem die Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung. Hier wird das volle Spektrum der Behandlungsmöglichkeiten angeboten, unter anderem alle verfügbaren Lasertechniken, unter anderem Holmiumlaser, Tuliumlaser und die Greenlightlasertechniken. Untertitelung des ZDF, 2020